Entschuldigung, wo willst du denn hin? Äh, Thomas fährt mich zu Stacy, um ihren Whirlpool zu benutzen. Okay, aber du kannst nicht einfach gehen, wann du willst, Jennifer. Äh, warum nicht? Darum haben wir doch einen Fahrer. Komm, los geht's. Nein, nein, nein. Thomas arbeitet nicht für dich. Okay, er arbeitet für uns. Und du musst um Erlaubnis bitten, wenn du das Haus verlässt. Es ist wie ein Gefängnis hier. Wenn wir einen Whirlpool hätten, müsste ich nicht weg. Haben wir aber nicht. Das ist nur vorübergehend. Ich hab's dir doch erklärt. Unser Haus wird renoviert. So wie du es wolltest. Und? Ein größerer Pool, ein Kino- und Basketballplatz machen doch Sinn. Wir haben all das auf Star Island. Warum also nicht hier in L.A.? Wenn ich gewusst hätte, dass wir in dieser Bruchbude hausen, wäre ich nach Florida gegangen. Hallo, hörst du das? Jenny, es gibt hier nichts auszusetzen. Viele würden dafür töten, in so einem Haus zu wohnen. Ja, dann können sie mich auch umbringen. Ich bin es leid, ein Gefangener zu sein. Siehst du, das ist genau, was ich befürchtet habe. Dass sie zu einem Schnösel aufwächst. Sie hat keine Ahnung, wie es für uns war, in Armut aufzuwachsen. Stimmt. Oh, Schatz, das ist herzzerreißend. Was ist passiert? Es gab einen Unfall auf der 405. Oh. Frontalzusammenstoß mit einer ganzen Familie. Oh je. Beide Eltern tot und nur die Tochter hat überlebt. Hm. Und sie war etwa in Jennys Alter. Das ist ja furchtbar. Ich will mir gar nicht vorstellen, was das arme Mädchen gerade durchmacht. Hm. Das sieht so gut aus. Hast recht. Ich möchte ein bisschen probieren. Klar, teile ich. Kein Problem. Ich kitt, eklig. Was ist jetzt los? Ich wollte halbrosa, nicht rosa. Es sollte weniger rosa sein. Schatz, niemand sieht den Unterschied zwischen rosa und halbrosa. Okay, probier es. Ich esse das auf keinen Fall. Wo ist der Kellner? Der Kellner hat gerade eben unser Essen gebracht. Vielleicht geduldest du dich ein bisschen? Ernsthaft, Dad? Jenny, ein Mädchen hat gerade ihre beiden Eltern verloren und du beschwerst dich über ein Steak in einem Kitchen-Restaurant? Weißt du, wie du dich gerade anhörst? Das ist mir egal. Ich wollte eh zu Mastro's. Sie hätten es richtig gemacht. Das war's. Ich suche den Kellner. Jenny, bitte. Ich kann's nicht glauben. Ich weiß. Mein Gott. Ich meine, sie weiß nichts zu schätzen. Gar nichts. Oh, ich hab vergessen, dir zu erzählen. Ich habe ein wenig über das Mädchen recherchiert, das ihre Eltern verloren hat und sie ist in einem Adoptionszentrum. Das muss so traumatisierend sein und sie bleibt dort, bis sie ein Zuhause findet und ich möchte ihr wirklich helfen. Hören Sie zu. Sie werden für Ihren Job bezahlt. Also warum machen Sie ihn nicht? Wollen Sie mich etwa vergiften? Ich würde sie ja aufhalten, aber... Das ist wirklich eklig, wissen Sie eigentlich, was Sie mir vorgesetzt haben? Das macht alles nur noch schlimmer. Das war richtig untergekocht. Wir haben wirklich ein Monster erschaffen, was? Das geht überhaupt nicht. Sie denken, das ist ein Scherz, oder? Das bedeutet Trinkgeld. Tut mir leid, wir haben nur die Größe 5. Willst du mich verarschen? Die haben nicht mal meine Größe. Tut mir leid, Schätzchen. Vielleicht gibt's ein anderes Modell. Los, gehen wir in ein anderes Einkaufszentrum. Das ist schon das Dritte, in dem wir waren. Und? Das sind die Heels von Kim K. Ich brauche sie. Schatz, gute Neuigkeiten. Ich hab das Mädchen aus den Nachrichten gefunden. Ähm, ich steck hier in einer Einkaufskrise. Bitte, Schätzchen. Also, anscheinend spenden wir eine Menge Geld an das Zentrum, in dem sie ist. Sie heißt Ellie und wir können sie kennenlernen und adoptieren. Es ist so aufregend. Was? Nein, ihr werdet sie nicht adoptieren. Ich bin gerne ein Einzelkind und das bleibt auch so. Okay. Aber das ist nicht deine Entscheidung, Jennifer. Du rufst sie sofort zurück. Deine Mutter hat recht. Nicht deine Entscheidung. Erst wohnen wir den ganzen Sommer in einer schäbigen Wohnung und jetzt sagst du mir, ich bekomme eine Schwester? Ihr seid die Schlimmsten. Ich lasse mich in ein anderes Einkaufszentrum fahren. Lass sie. Jedenfalls habe ich es für Montag ausgemacht. Es scheint also... Es ist so tragisch, was passiert ist und dass sie keine Familie hat, zu der sie gehen kann. Die einzig gute Nachricht ist, dass sie bei dem Unfall nicht verletzt wurde. Aber sie hat wirklich schwer mit dem Verlust ihrer Eltern zu kämpfen, wie sie sich vorstellen können. Schrecklich. Schrecklich. Armes Ding. Ich bin ihnen beiden wirklich dankbar, dass es ihnen so wichtig ist, ihr zu helfen. Ich hole Ali und sie warten hier. Wie fühlst du dich? Alles okay? Ich bin nur... Ich bin nur etwas nervös, weil ich nicht weiß, wie sie ist und was sie von Jenny denken wird. Das ist Ali. Ali, das sind Frau und Herr Santos. Hi Ali. Ähm, es ist schön, dich kennenzulernen. Wir haben in den Nachrichten gehört, was mit deinen Eltern passiert ist. Das tut uns sehr leid. Danke. Also, Frau und Herr Santos sind großartige Menschen. Sie haben viel für diese Organisation getan. Ich bin sicher, sie kümmern sich gut um dich. Sie haben sogar eine Tochter in deinem Alter. Würdest du mit ihnen nach Hause gehen wollen? Das heißt, du musst nicht hierbleiben. Wir verstehen vollkommen, wenn du noch nicht bereit bist. Wir können jederzeit später wiederkommen. Schon okay. Ihr Zuhause ist wunderschön. Ich war noch nie an einem schöneren Ort. Bis später. Ich gehe mit Kimberly zu Sephora. Jenny? Das ist Ali, das Mädchen, von dem wir erzählt haben. Klasse. Hi. Freut mich, dich kennenzulernen. Hey, warum bleibst du nicht und heißt Ali bei uns zu Hause willkommen? Dann gehen wir alle zusammen einkaufen. Das ist eine tolle Idee. Wir müssen sowieso bei Allis kleiner Wohnung vorbeischauen, um Klamotten zu holen. Nein, also stoppen wir da zuerst. Erstens, nenn das nicht unser Zuhause. Ali, hast du Hunger? Sag mir, was du willst und unser Koch wird alles zubereiten. Äh, habt ihr ein paar Tortillas und Käse? Ich kann mir einfach eine Quesadilla machen. Äh, eklig. Moment, es gibt nur zwei Schlafzimmer im Haus. Ja, und? Wo wird Ali schlafen? Ihr müsst euch ein Zimmer teilen. Bis das Haus renoviert ist, dann bekommt jeder ein eigenes Zimmer. Machst du Witze? Ich werde auf keinen Fall ein Zimmer mit ihr teilen. Jenny, sei nett. Das ist gar kein Problem. Es macht mir nichts, auf der Couch zu schlafen. Da schlafe ich sowieso immer. Prima, wir besorgen dir schöne Decken. Ich nehme den Thunfisch und sag Alfred, er soll sich beeilen. Läden schließen früher heute. Es tut mir so leid wegen ihr. Ignorier sie einfach. Sie ist kompliziert. Aber du wirst dich dran gewöhnen. So kann man es ausdrücken. Komm, ich zeig dir alles. Was machst du? Oh, äh, nehmen wir ein anderes Auto? Äh, nein, aber warum machst du die Tür auf? Wir haben Leute dafür. Oh, ähm, danke. Gern geschehen, Ali. Es ist etwas seltsam, aber du wirst dich daran gewöhnen. Ich fand's auch seltsam, als wir einen Fahrer bekamen. Fahren wir zum Beverly Center. Wir müssen zuerst zu Ali. Wenn wir ankommen und die Läden sind zu, werde ich sauer. Sind alle angeschnallt? Gott, und ich dachte, unsere Wohnung sei schlecht. Renoviert ihr auch euer Haus? Nein, das ist bar unser Zuhause. Oh mein Gott. Also habt ihr hier gelebt? Für immer? Wie konntet ihr an so einem Ort überleben? Jenny. Was? Ich mein ja nur. Es gibt kein Pool, kein Spa und schau dir diesen Fernseher an. Das ist genug, ha? Weißt du, nicht jeder ist so privilegiert wie du. Das tut mir leid. Kann ich dir beim Packen etwas helfen? Äh, klar, wenn es nichts ausmacht. Kein Problem. Hier ist deine Mülltüte, um alles rein zu... Ein Müllsack? Hast du keinen Koffer oder so? Nein. Womit seid ihr dann gereist? Wir sind nie irgendwo gewesen. Na ja, einmal in San Diego. Mein Dad hatte ein Vor... Es muss echt schwer für dich sein, hier zu sein. Schon okay. Ich fange an, im Schlafzimmer zu packen. Oh, ich möchte deinen Kleiderschrank sehen. Du musst doch etwas Besseres haben als das. Ich kann sie im Auto warten lassen, wenn du willst. Schon okay, aber danke. Wow, dein Zimmer ist so... klein. Das war nicht nur mein Zimmer. Wir haben es geteilt. Deshalb schlafe ich auf der Couch. Ernsthaft? Das könnte ich nicht. Wo sind deine restlichen Klamotten? Hast du sie bei der Adoptionsagentur gelassen? Nein, das sind alle meine Sachen. Das ist ein Scherz, oder? Wo sind deine Handtaschen, deine Schuhe, dein Schmuck? Du siehst hier alles, was ich hab. Und du bist deswegen nicht sauer? Ohne meine Louis oder Chanel kann ich nicht leben. Ehrlich gesagt, ich hatte nie so viel, wie du hast. Aber ich hatte alles, was ich brauchte. Weißt du, andere Kinder haben schönere Klamotten, größere Häuser, schönere Dinge. Aber das war mir egal, denn ich hatte meine Familie. Selbst wenn wir nur breit Spiele spielten und vor dem Fernseher aßen, haben wir das Beste draus gemacht. Für mich, Familie ist das Wichtigste, was es gibt. Ich würde alles geben, um meine Eltern ein einziges Mal wiederzusehen. Um ihnen zu sagen, dass ich sie liebe, sie zu umarmen, sie so viel zu fragen. Ich kann nicht glauben, dass sie weg sind. Ich fühle mich furchtbar. Es tut mir so leid, was passiert ist, Ali. Betrachte deine Familie nie als selbstverständlich. Wir haben für Daman gedreht. Und ich habe eine Torte abbekommen. Ja, er auch. Sieh an, sieh an. Das sieht nach einem erfolgreichen Einkauf aus. Hatten sie die Schuhe, die du wolltest? Ja, schon. Aber ich habe sie nicht gekauft. Warum nicht? Scheint, als habt ihr eine Menge anderer Sachen. Ja, eigentlich ist nichts davon für mich. Alles für dich. Was? Nein. Doch. Wir wollten dich überraschen. Das ist unsere Art, dich in der Familie willkommen zu heißen. Das ist so nett. Aber das ist viel zu viel. Ich brauche das alles nicht. Bitte. Behalte es. Ich schwöre dir, ich habe keinen Platz mehr im Schrank. Ali ist erst seit ein paar Tagen hier und sie hat schon so viel auf Jenny abgefärbt. Okay, ich hole die Decken und Kissen. Warte, die braucht sie nicht. Was meinst du? Ich denke, ich kann mein Zimmer mit meiner neuen Schwester teilen. Bist du sicher? Ja. Ich habe gelernt, dass es nichts Wichtigeres im Leben gibt als Familie. Wow, ich bin schockiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer, dass ich stolz auf dich bin, Jenny. Also, lasst uns in ein Restaurant gehen, um zu feiern, dass Ali bei uns einzieht. Das klingt super. Und wir sorgen dafür, dass dein Steak halb rosa und nicht rosa ist. Eigentlich hätte ich eher Lust auf Quesadillas zum Abendessen. Lieber als Mastros? Na, wenn du das sagst. Warte, du hast nichts von Mastros gesagt. Vielleicht können wir die Quesadillas für morgen Abend aufheben. Lass uns gehen. Warte, du hast nichts von Mastros gesagt.